Ja, hallo mit oh, liebe Nerdlinge. Heute ist es Zeit für ein neues Video und ich stelle euch ein Band vor, den ich im letzten Jahr entdeckt habe und den ich für echt großartig halte, ohne davor weggreifen zu wollen. Aber es handelt sich um Black Hammer, den ersten Band, Vergessene Hellen, erschienen im Splitter Verlag und dazu erzähle ich euch jetzt was. I am Nerd Was jetzt erstmal nach einem 70er Jahre Pornostreifen klingt, ist aber eigentlich eine Superhelden-Geschichte und zwar der etwas anderen Art, also nicht so ganz normal. Also nicht zu vergleichen mit einer Marvel-Geschichte, wobei man vielleicht die ein oder andere Parallele mit Marvel und DC feststellen kann, wenn man sich das Ganze durchliest. Da werde ich gleich auch nochmal drauf kommen. Aber Jeff Lemire hat hier zusammen mit Dean Olmsten und Dave Stewart was ganz Großartiges erschaffen und das ist jetzt der erste Band von inzwischen einigen. Da ist nämlich schon einiges rausgekommen noch und zu dem ersten möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Denn es handelt sich um die Geschichte einiger Helden, die nach einem großen Kampf gegen den Antigott, ein riesen Ungetüm, der so ein bisschen an Darkseed erinnert, auch vom Aussehen. Nach dem großen Kampf mit dem sind die alle verschwunden. Das ist jetzt zehn Jahre her in Spiral City und seitdem befinden sich die Helden auf einer Farm in einer Kleinstadt und wissen weder wie sie da hingekommen sind, noch wie sie da wieder wegkommen. In diesem ersten Band werden die Charaktere so ein bisschen eingeführt. Die haben alle so eine kurze Origin-Story mit dabei und deswegen habe ich auch gesagt, dass das schon ein bisschen an DC und Marvel erinnert. Denn die Figuren, die hier drin auftauchen, die sind schon ein wenig an andere Helden angelehnt, die man schon aus der normalen Popkultur kennt. Ja, wir haben Abraham Slam, der so ein bisschen das Oberhaupt dieser kleinen Gruppe ist. Das ist so ein Captain America-Typ. Ja, der hat zwar kein Superserum bekommen, sondern seine Kräfte sich durch Training angeeignet. Aber wir sehen hier in der Geschichte zum Beispiel auch, wie er eben bei dieser Musterung ist. Ja, er möchte in den Krieg ziehen, wird abgelehnt, weil er klein und schmächtig ist. Das ist eine Geschichte, die einem durchaus von Captain America auch bekannt vorkommt. Wir haben Golden Gale. Das ist ein kleines Mädchen mit Superkräften. Die trifft auf einen alten Magier, dessen Namen sie nennen soll und zack, fahren seine Kräfte in sie. Da wird jetzt der eine oder andere denken, oh, warte mal, das kenne ich von Shazam. Er wird zwar dann zu einem großen Typen mit vielen Muskeln. Hier ist aber die kleine Gale klein geblieben und jung. Und jedes Mal, wenn sie sich dann auch verwandelt, ja, das funktioniert halt genauso wie bei Shazam, nur dass sie Zephram sagen muss, also schon ein bisschen was anderes, ja, dann wird sie zu diesem jungen Mädchen und ist inzwischen auch schon ziemlich alt, über 50. Und dementsprechend auch ein bisschen vergrämt, weil sie da als kleines Mädchen rumrennt. Denn auf der Farm kann sie sich leider nicht zurückverwandeln. Ganz schöne Misere. Abraham übrigens, zu dem kann ich noch sagen, der fühlt sich eigentlich auf der Farm ganz wohl, ist froh, dass er nicht mehr den Held spielen muss und ist eigentlich einer der Charaktere, die da jetzt nicht unbedingt mehr weg wollen. Der hat sich nach zehn Jahren einfach dran gewöhnt. Aber dazu später nochmal mehr. Dann haben wir noch Mark Marx, den Kriegslord oder den Warlord vom Mars, ja, der so ein bisschen an John Johns erinnert, der ja auch vom Mars kommt, ja, Martian Headhunter. Und interessanterweise heißen die dann auch Mark Marx und Kev Kevs. Und, ne, also da gibt's, ist auch eine ganz typische Mars-Benennung des Ganzen. Der ist groß, dünn, rot, im Gegensatz zu John Johns, der eher grün gefärbt ist. Sieht so ein bisschen insektenmäßig aus, ja, hat auch ein paar Fühler auf dem Kopf. Und, ähm, ja, der kann auch Gestalt wandeln. Das heißt, auf der Erde taucht er halt mehr als Mensch auf, wenn er da auch in die Stadt geht. Und, ähm, ja, so haben wir noch ein paar andere Figuren. Colonel Wirt zum Beispiel, der sich so ein bisschen zwischen den Dimensionen bewegt. Der hat, ähm, der hat so ein bisschen den Stil von so alten Raumfahrthelden, ja, wenn wir so an Flash Gordon oder sowas denken. Ja, der hat einen Helm auf, ne, so eine Glocke über dem Kopf quasi. Hat einen sprechenden Roboter dabei. So wie man das aus den frühen, äh, Science-Fiction-Filmen und Serien, äh, des frühen 20. Jahrhunderts irgendwie gewohnt ist. Ja, was haben wir da? Ja, neben Flash Gordon haben wir dann halt so Buck Rogers und, äh, Lost in Space. Diese ganzen Serien, ja, daran erinnert er halt schon ziemlich stark. Äh, selbst Captain Future ging ja ursprünglich in der Romanserie so in diese Richtung. Von daher, äh, schon ein recht interessantes Konzept. Äh, dann haben wir noch Madame Dragonfly, die auch noch ne gewisse Rolle spielt. Die ist magisch begabt, hat noch ein paar Flügel. Ähm, dazu fällt mir allerdings jetzt nicht unbedingt ne Figur ein. Vielleicht kennt ihr da jemanden, der das sein könnte oder eine Entsprechung in den anderen Universen. Ähm, also bei Marvel oder DC. Ähm, mir ist ja jetzt so spontan eigentlich nichts eingefallen. Aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Äh, vielleicht ist es mir nur nicht so bekannt. Aber, ja, diese Helden sind halt jetzt dort in dieser Kleinstadt gestrandet und müssen einen Weg finden, wie sie da wieder wegkommen. Also diese kurzen Origin-Storys sorgen eigentlich nicht dafür, dass man glaubt, hey, das sind ja billig kopierte Figuren aus den anderen Universen. Sondern man fühlt sich eigentlich direkt heimisch, ja. Man scheint diese Figuren direkt zu kennen, die Charaktere, die in den Comics auftauchen und meint so, jo, hier bin ich zu Hause, hier weiß ich voll Bescheid. Das heißt, eine super lange Einführung und Origin-Story kann man sich eigentlich sparen. Ähm, das kommt aber auch später alles noch so ein bisschen, weil da immer wieder Rückblenden passieren zu den Geschehnissen, bevor dieser Kampf stattgefunden hat. Da wird dann auch irgendwann erklärt, woran es gelegen hat. Es gibt auch noch eine weitere Figur übrigens, nämlich Black Hammer, ja, der auch namensgebend ist. Ähm, von dem sieht man allerdings nicht wirklich viel am Anfang. Ähm, das ist so ein Green Lantern-Typ, würde ich jetzt erstmal sagen. Obwohl, wenn wir später nochmal in andere Bände schauen, ja, auch nicht direkt aus der Reihe, obwohl der auch mal hier zwischendurch drin auftaucht, dann, ähm, stellt man fest, dass es noch jemand anderes gibt, der auch so ein bisschen in Richtung Green Lantern geht. Ähm, ja, da ist halt die Frage, wer da näher dran angelehnt ist. Auf jeden Fall erinnern mich beide ein bisschen da dran, weil Black Hammer gehört auch zu so einem Korps irgendwie. Und, naja, da gibt es halt eine Menge von diesen Figuren. Ähm, auf der anderen Seite, also noch in Spiral City, ist auch Black Hammers Tochter unterwegs und versucht eigentlich herauszufinden, was mit den Helden passiert ist. Denn das weiß auf der Erde auch keiner. Die sind da einfach verschwunden vor zehn Jahren und, äh, niemand weiß, was da wirklich passiert ist. Soviel zur Story erstmal. Was allerdings besonders faszinierend eigentlich an den Comics ist, ist, dass die Helden mal von der anderen Seite gezeigt werden. Ja, es sind müde, ausgelaugte Leute, die eigentlich keinen Bock mehr haben, irgendwie so den Helden zu spielen und ihren Kopf hinzuhalten für die ganze Menschheit und wirklich andauernd die Erde retten zu müssen. Ja, wir haben Abraham Slam, ja, oder Abraham Slamkowski, wie er im bürgerlichen Leben heißt, haben wir, der eigentlich wirklich schon müde des Heldentums ist und eigentlich die Zeit auf der Farm genießt und wirklich so im Ruhestand sich befindet. Der hat da auch jemanden kennengelernt und, ähm, mag das eigentlich da, obwohl alle denken, ey, Siegen, was ist hier ein bisschen komisch. Ne, Golden Gale ist aber absolut unzufrieden, die ist in ihrem Kinderkörper gefangen, muss zur Schule gehen, wird dann auch mal beim Rauchen erwischt und trinkt sich gern ein, was dann natürlich immer ein bisschen komisch rüberkommt, wenn man da eine Neunjährige irgendwie hat, die sich da schön das Glas Whisky hinter die Binde kippt. Aber, ähm, ja, Marc Marx ist, hat auch seine Besonderheiten, wenn ihr, ich möchte jetzt natürlich auch nicht zu sehr spoilern, ne, aber jeder hat so seine Besonderheiten und weiß auch nicht so genau, ne, wie er jetzt vorangehen möchte, möchte er nochmal zurück. Also der Einzige, der wirklich so den, den super Trieb hat, äh, wieder zurückzukommen, ist Talky Walky, der sprechende Roboter von Colonel Weird, ja, und, ähm, der ist dann wirklich auf der Forschung. Der schickt dann immer Sonnen irgendwie weg, um, äh, auf sich aufmerksam zu machen und herauszufinden, wo die sich überhaupt befinden. Allerdings funktioniert das alles nicht so gut. Und von daher handelt dieser erste Band eigentlich wirklich nur so von der Geschichte, wie die dort angekommen sind und was da überhaupt los ist. Jeff Lemire hat da inzwischen ein Riesenuniversum irgendwie geschaffen. Ja, es gibt inzwischen vier Black Hammer Bände, die ich natürlich auch, äh, vorstelle. Es gibt Spin-Offs, ja, wir haben im ersten Band und, oder in den, in den Bänden haben wir noch so ein paar Nebenfiguren mit drin, natürlich auch, äh, super Schurken, ja, und, ähm, die bekommen teilweise auch ihre eigenen Bände nochmal. Und dann gibt's wieder, ähm, noch Bände, die danach spielen, die davor spielen. Also es, äh, ist inzwischen schon ein recht großes Universum geworden. Und, ähm, das ist auch wirklich echt interessant, was der Jeff Lemire da gemacht hat. Hier in den originalen Black Hammer Bänden, also die auch tatsächlich dann die Hauptgeschichte nochmal zeigen, da, äh, zeichnet Dean Ormston und der hat einen recht interessanten Stil. Also der ist nicht so clean, der sieht so ein bisschen strubbelig aus irgendwie zwischendurch. Hat aber auch so eine gewisse Einfachheit, die an recht frühe Superhelden-Comics erinnert, ja, wenn wir so an die 40er und 50er denken. Da war alles noch so ein bisschen einfacher und teilweise auch mal so ein bisschen krumm und schief. Ne, wenn ich, äh, an Prinz Namor denke, den, den ersten Mutanten, ja, wo, wo, äh, in den Marvel 80 Jahre Ben, ähm, da auch ein bisschen was von gezeigt wird mit seinem Kastenkopf und so. Ja, da, da sieht man halt schon so ein bisschen Stilschwierigkeiten, die sich ja heute inzwischen völlig verändert haben. Weil heute haben wir ja ein Stilanliegen, der teilweise echt der Wahnsinn ist und schon ein bisschen künstlerisch wirkt. Ähm, hier haben wir das alles ein bisschen einfacher, was dann halt auch so, ähm, auf die alten Zeiten anspielt. Es gibt aber auch genug Details, die zeigen, dass wir uns in einer modernen Zeit befinden beim Comiczeichnen. Und das ist echt, ähm, durchgängig eine schöne Sache und gefällt mir auch ziemlich gut. Die Farben von Dave Stewart, gut, da sind wir uns einig. Die sind eigentlich über alles erhaben. Der Mann hat, äh, genug Eisner Awards bekommen. Äh, Black Hammer inzwischen übrigens auch. Also, der ist auch mehrfach ausgezeichnet worden. Von daher, finde ich, kann man da nicht viel verkehrt machen. Der erste Band hat schon über 180 Seiten. Also, es sind einige Ausgaben der originalen Comicreihe, die bei Dark Horse damals erschienen ist. Und, äh, kostet 19,80 Euro bei Splitter. Und ich muss sagen, äh, das lohnt sich echt wirklich, das Geld auszugeben und die Bände zu kaufen. Weil, ähm, Dave Lemire ist ein großartiger Autor in meinen Augen. Und hat mit Black Hammer echt einen richtigen Knaller geschaffen. Ich hab die Comics erst im letzten Jahr entdeckt. Also, die Originale, die sind 2016 erschienen. Und, ähm, ich hab jetzt hier die zweite Auflage bei Splitter von 2018. Und, echt, also wirklich so großartig. Die lassen sich auch super lesen. Also, man kann so einen dicken Band, obwohl der 180 Seiten hat, kann man recht zügig durchlesen. Und hat dabei eigentlich nicht das Gefühl, dass man da eine oberflächliche Story hat. Es ist super geschrieben. Man kann es wirklich ganz locker durchlesen. Und, ähm, hat dabei einen Riesenspaß und wirklich viel Erinnerungswert. Dadurch, dass man halt die Figuren an, äh, ein paar bekannte Superhelden angelehnt hat. Aber, trotzdem ist es einfach keine Kopie. Ja, keine bloße Kopie, sondern wirklich ein richtig eigenes Werk. Und, äh, Story. Also, du siehst die Superhelden einfach mal von der anderen Seite. Und das finde ich richtig super. Und gefällt mir echt gut. Und deswegen habe ich den Band verschlungen. Und die weiteren auch. Und die weiteren, die werde ich euch demnächst auch vorstellen. Ansonsten kann ich nur sagen, ähm, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da. Kennt ihr die Reihe? Habt ihr sie gelesen? Findet ihr sie auch gut? Ne, findet ihr sie so gut wie ich? Ich, äh, ich meine, mit den Auszeichnungen gehe ich eigentlich von nichts anderem aus. Äh, auch wenn das vielleicht ein bisschen vermessen und weit aus dem Fenster gelehnt ist. Aber, das ist echt super Zeug. Und, äh, Abo dalassen, Glocke klicken, wegen dem nächsten Video, ne, damit ihr immer schön informiert seid. Und, äh, Daumen sind natürlich auch wie immer gerne gesehen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschaui.